Hi Leute, alles klar, Marisch? Ja, äh, der Gommio, der hat da hinten, also wie ihr das seht. Nein, ich bin es nicht gewesen. Also eigentlich wollte er ja nur so durch dieses, wie heißt das Ding überhaupt, Teleskop oder was das hier sein? Ja, ja, irgendwie sowas. Ich wollte einfach nur mal durchschlunzen, aber irgendwie ist da was anscheinend kaputt gegangen. Das war schon, das muss schon so gewesen sein. Schrauben locker hier im U-Boot, das ist doch ganz normal. Da spritzt das Wasser rein, kein Problem. Ja, ja, ja. Genau, also Leute, wir sind jetzt wieder in einem neuen Let's Play sozusagen. Beim letzten Mal haben wir ja dieses Flugzeug geklaut, die Alkonos, in dem Militärlager in Forstangundo. Und genau, dann schauen wir jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Bin ich jetzt hier auf der falschen Seite oder was vor dem Bildschirm oder? Hä, bist du blöd? Genau, da bist du jetzt richtig, da musst du jetzt richtig sein. Warum zeigt er mir das nicht an? Nee, oder hier, hier musst du ja, wo ich bin. Da an der Seite geht es nicht, ja. Ja, man muss schon auf der richtigen Seite stehen, wie über, oder falsch steht. Informationspunkte, okay, Ausrüstung. Ja, wir müssen halt so einen Haufen Vorbereitungen machen, wie ihr seht. Und, ja, U-Boot haben wir, Flugzeug Alkonos, die haben wir auch. Jetzt Pilot, Teil 2, okay. Was ist ein Pilot, gut. Schauen wir mal. Was wir jetzt machen müssen, begib dich nach Elysian Island, Ausrüstungsvision Pilot, okay. Ja, dann raus, ne? Raus hier, genau. Ja, bevor das Ding sinkt, ne? Ja, 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 ja. Ach, klappt schon. Ja, ansonsten kommen wir auch alles klar bei dir, ja? Ach, ja, 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 weißt ja, das neue Jahr steht ja vor der Tür. Ach, stimmt ja, das kommt ja jetzt auch noch. Nach Weihnachten kommt immer das neue Jahr, stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Ja, aber das ist nicht mit der Gelder. Ja, 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 eigentlich solltest du hier in der Nähe sein. Also, wenn du nicht spürst. Ja, ich glaube, das ist schon ein Stück, oder? Ja, also jetzt hinschwimmen ist scheiße. Nee, 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 was ist das Schwimmen, Alter? Verrückt. Das kommt hier gleich schon. Ach, da ist doch, da ist doch, da ist doch was. Guck mal, da hinten. Genau. Schau mal, da gehen wir ein Staus und Schwimmen. Ja, das hab ich ja gerade schon. Ja, ab in dieses komische Dingi. Dingi nennt sich das Teil. Ist auch ein toller Name, oder? Dingi, Dingi-Dongo. Der geht rein und springt einfach rüber. Super Typ, ey. Elysian Island. Hinsetzen. So, Alter. So, nochmal auf der Karte, mal schauen, wo das ist, weil du ja gemeint hast, es wäre nicht so weit. Da unten, hier unten ist es doch. Ne, oder? Doch, hier. Hier ist es doch. Ich fache schon mal los. Mach mal eine Markierung. Ah, hast du schon gemacht, ja. Habe schon, ja. Ja, dann schauen wir mal, wo wir den tollen Piloten besorgen. Ja, nix. Sonst alles beim Alten halt. Was soll ich dir sagen, ne? Zocken, zocken, zocken. Hier liegt ja kein Schnee. Nö, das ist ja rum. Das sehe ich ja erst jetzt. Ja, 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 ja. Nein, ey. Weihnachten ist vorbei, dann haben die es abgeschaltet hier. Ah, schade. Ja, ja, also. Na, ja. Das gibt es leider nicht mehr. Das ist ja das, was ich meine. Also, der Schnee, der liegt halt immer nur ein paar Tage. Ja. Über Weihnachten rum und dann, ja, jetzt geht es ja ins neue Jahr rum und dann, dann kann man das haken. Also, da gibt es hier kein Schnee mehr. Ja, ja, ja. Schade, gell? Ja, ja. Vielleicht kommt es ja nochmal ein bisschen. Ja, schade schon. Aber vielleicht wahrscheinlich erst im Dezember nicht. Ich glaube auch, ja. Aber für die Sicht ist es hier viel besser, die Mission da mit dem Schnee und dem Dunkeln, ey, da habe ich ja gar nichts mehr gesehen. Ja, der Nebel. Der Nebel war ein bisschen blöd. Mit dem Nebel, das war schon ein bisschen... Nebel, Schnee gefahren ist. Genau, genau. Bisschen weniger, ja. Ach. Ist doch schon okay. Richtung Frühling. Geht schon wieder Richtung Frühling, Sommer. Immer nur positiv denken. Immer nur positiv. Immer nur positiv denken? Ich glaube, damit habe ich Probleme hier. Ja. Muss man ja heutzutage. Bei dem Zeug, was da draußen alles abgeht momentan. Ja, ja. Nur verrückte. Ja. Ja. Nur verrückte unterwegs sind. Passt so wie hier in dieser Stadt. So, warte mal. Aber nicht geradeaus, oder doch? Guck mal ein bisschen auf die Karte. Geradeaus. 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 Unten. Ja, ja. Und alles geradeaus. Bisschen links halten. Und dann kommen wir schon, müssen wir dann am Ziel. Ja, unserem Ziel näher sein. Also jetzt dann nach dem Schiff hier links, oder was? Ja, also nee. Geradeaus. Einfach geradeaus. Also es müsste dann... Ja, da geht ja nicht mehr geradeaus. Drumherum. Ja, da müssen wir drumherum. Irgendwie. Aber da kann man nicht mehr drumherum, oder was? Ja, nach links geht es hier nicht mehr. Ja, das passt, ja. Rechts, oder was? Hä? Moment mal kurz. Ja, wir müssen außen rum. Wir müssen ausrum. Wir sind da in so eine kleine Bucht reingefahren. Jetzt rechts, genau. Rechts. Einfach rechts. Links. Du kannst auch, du kannst auch links rein. Auf der Karte kannst du auch, da ist so ein Kanal. Wenn du geradeaus jetzt fährst und dann links durch, dann kommen wir auch... Ja, geradeaus links, ja. Natürlich. Du kannst aber auch rechts. Du kannst aber auch rechts. Das ist ja weiter. Dauert zwar länger. Ja, eben. Und das Ding ist, wenn wir jetzt da durchfahren, es kann sein nicht, dass da irgendwo zu ist, wie der... Quatsch. Was für Kanäle hier. Also jetzt hier links, oder? Jetzt müssen wir hier links rein. Ja, halt dich einfach so. Ja, ja. Ich müsste halt die Karte wieder eröffnen. Und dann links. Und jetzt links. Jetzt links. Jetzt links. Jetzt geradeaus, ne? Also so unter die Brücke durch. Unter die... Genau. Und dann einfach so weiterfahren. Einfach so weiter. Ja, genau. Ist ja ganz schön flach hier, ey. Mir fällt ja auch ein Jet-Ski. Ja, Leute, ne? Bis Sommer kommt, gell? Die sind auch zu Weihnachten noch mit Jet-Ski rumgefahren, ey. Naja. Von daher. Jetzt wieder links. Jetzt ein bisschen links halten. Ja, links. Aber jetzt links rein, oder? Ne, ne, nicht rein. Nicht rein. Nicht rein. Drumherum fahren. Drumherum fahren. Also rechts. Genau. Nee, eigentlich nicht rein. Hier rechts. Da, meinst du, oder? Nee. Drumherum fahren. Da ist rumherum fahren. Aus, rum. Da, wo die jetzt langfahren. Siehst du? Wo die langfahren. Ja, das mein' ich doch. Rechts und dann links. So, ne? Genau. Und jetzt müsste es ja irgendwo sein, hier, oder? Ja, alles geradeaus noch. Noch. Gleich sind wir da. Kann sich ja nur um Stunden handeln hier, aber ist ja kein Problem. Da müsste es irgendwo sein. Das müsste jetzt hier irgendwo sein. Ja, genau. Der Punkt ist ja jetzt hier. Ja, schäumt hier das Wasser in den Wolk. So, dann würde ich mal sagen, wir steigen hier aus. Da ist ein Leiter. Plumps. Bis sie schwimmen mit der Klamotten. Ja, bei mir taucht der erst mal immer. Eieieiei. Also, es ist wieder ein Flugzeug, oder was? Kein Plan. Oder wie? Also, darauf habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Also, Flugzeug, also fliegen, in GTA, ey, da bin ich ja total schlecht. Ich weiß nicht. 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 Hier wird sich doch angeballert. Wie mehr. Stimmt, die Western Road. sind da Kanister? Benzinkanister? Keine Ahnung, ich bin da noch gar nicht so gut. Er steigt doch hier ins Auto ein, wir müssen in den Flieger rein oder so. Wo läuft ein Ring? Na ja, komm. Na komm. Du hast ja eine Kanone, du kannst ja vom Auto aus schießen, ne? Ja. Was, was, was? Nicht rein. Na ja, komm. Da ist doch ein Flugzeug, das müssen wir nehmen. Ja, aber bei mir fährst du andersrum irgendwie. Bei mir fährst du falsch. Erwicht. Asshole. Ja, Asshole. Guck, guck da der Flieger. Alter, was haben die Schutzwesten da an oder was? Keine Ahnung. Ja, das ist das Ding hier, oder? So Geschüsse. Ja, ja, pass auf, pass auf, pass auf. Ist das noch mehr Leute hier, oder was? Ja, 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 ja. Kommen die denn alle her? Die waren auch da. Alle weggeschossen eigentlich. Wo bin ich denn jetzt hier gespawnt? Äh. Aber wo spawnen die mich denn hin? Sind die doof? Ja, mich auch. Was ist denn hier los, ey? Ich will keine Reise machen, ey. So ein... Aja, ja, ja. Gibt's ja... Alter, das ist ja... Aja, ja, 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 ja. Mit der AIDA wollen die mich hier irgendwo ausfahren. Gibt's ja nicht. Da bist du jetzt erledigt? Ich glaub schon, ja, da ist doch niemand mehr. Da ist niemand mehr. Gut. Dann rein. Hast du überhaupt zwei Leute rein? Na klar. Ja. 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 Ja, genau, irgendwie. Oder... Vielleicht... Wenigstens den einen da. Aua. Ja. Da kommen... Da kommen Dings, da kommen Hochschrauber. Scheiße. Dann muss ich auch aufsteigen. So, auf. Alter, ey. Immer wenn man was starten will, dann bringen die einen unfliebes Nerv. Ja. Es ist halt so... Bei... Da wurde der scheiß Flieger jetzt. Bist du in der Nähe oder wo bist du denn? Ja. Der Nähe ist gut. Ich muss dir nochmal ein Auto klauen und da hinfahren. Naja gut, ähm... Kannst dich ja schonmal... Oder den Hubschrauber runterholen oder... Ich hab die Autos. Ja. Ich hab erstmal die Autos... Ja, du hast ja die Autos weggefallen jetzt, oder? Mittlerweile. Ja. Ja, jetzt hab ich das Auto weggefallen. Ja, ich hab keine Panzerfaust, ey. Keine Munition für die Panzerfaust. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall schnell weg. Die Polizei ist unterwegs. Ja, 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 ja. Will ich, ja? Wo bist denn? Ja, hier. Ich bin ja wieder am Arsch der Welt hingespawned. So. Komm rein. Komm rein. Ja, ist schon da. Ja. Los, los, los. Oh, ey. Mitten beim Einsteigen, jetzt schießt er mich, ey. Das geht's doch nicht. Ey, die ganze Zeit hat er nicht geschossen und jetzt schießt er genau. Das ist ja unfassbar. Jetzt bist du noch auf der anderen Seite. Das ist ja ein Traum, ein Träumchen, ey. Das ist ja... Eieieieiei. Ja, ich bin auch gleich tot, wenn du nicht... Komm ich hier rüber? Ja, hier komm ich rüber. Los, Mann, lauf. Lauf, Junge, lauf, 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 lauf. Lauf um dein Leben. So, jetzt fahr, 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 fahr. Oder flieg, 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 flieg. Uaaaaaah. Uaaaaah, nicht da lang. Oder nicht da lang. Ja, es geht ja nicht, Anders, Alter. Das ist scheiße. Das ist doch kein Auto, Alter. Das ist ein Flugzeug. Ja, ja. Ich will dich schon mal sehen. Warte. Uaaaaah. Was ein Scheiß. Jetzt rückwärts. Fahr mal rückwärts. Ja, ja, ich hab ja geklemmt hier die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Und jetzt, 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 jetzt. Oh, 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 oh. Das Problem ist, du brauchst hier wirklich, du brauchst hier richtig Anlauf hier. Aber nicht so hoch, nicht da, nicht da, nein. Ja, ja. Lass mich mal machen, das wird halt ein bisschen dauern jetzt. Ja, wird schon. Dauert, ja, ja. Wir haben ja Zeit. Das soll ich dir sagen, hey. Die Hubschrauber machen auch Stress. Was ist das? Wir sind ja nicht, wir sind ja nicht aus der Flucht hier. Nee. Überhaupt nicht. Ja, ja. Gas, jetzt Gas geben. Gas. Ja, ja. Und, auf damit. Ja. Verdammte Scheiße. Das hat jetzt hier wegen den... Alter, ey. Die haben aber auch hier eine Abflugszone gemacht, ey. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Hör auf, mal den Teufel nicht an die Wand. Warte. Warte. Jetzt aber, ey. Aber das... Ja, und dann noch direkt in die Brücke, ja. Oh. Was ist das hier los? Was ist das hier los? Was ist das hier los? Dreh, dreh das Ding, Junge. Dreh das Ding. Oh, Alter. Mein Herz. Ey, der fährt sich aber komisch, ey. Das muss ich aber schon mal sagen, ey. Und guck mal, wie der raucht schon wieder. Ja, jetzt habe ich ihn unter Kontrolle, Alter. Ich glaube. Das sieht aber nicht... Das sieht aber nett danach aus, ey. So wie der raucht. Wir haben hier nichts unter Kontrolle, ey. Hier. Ich hab dir schon mal gesagt, da war sich alles negativ, ey. Ich spiel's gleich schon ab, hier. Das kann doch negativ sein. Mehr als... Das kann doch negativ sein, ey. Ich weiß, dass es negativ ist, ey. Ey. Wenn das Auto so raucht, dann weiß ich ganz genau, ich muss die nie werfen. In die Werkstatt, ey. Bei dem kannst du nicht in die Werkstatt, ey. Wenn dein Auto so raucht, dann muss ich so Schrottplatz, Alter. Nicht in die Werkstatt. Ja, tut sowieso, ja. Tut sowieso. Ey, ey. Jetzt mal ohne Scheiße. Ey. Das Ding fliegt sich voll schlecht. Das Ding fliegt sich voll schlecht. Wo sind sie überhaupt die Räder? Wie gut sind das? Ich glaube, äh... Rechter Bart und linke Bart. Die Räder musst du mit den Sticks runterdrücken, glaube ich. Ach, da sind die ja. Ja, genau. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas. Aber ich glaube, die werden wir eh nicht mehr brauchen. So wie es aussieht. Schlamm. Das Einste, was wir hier brauchen, ist ein Faschenbild. Ja, ich glaube auch. Mal den haben wir. Haben wir den? Weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen, wenn wir rausspringen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Oh Mann. Äh... Warum fliegt denn das Ding so? Alter, das Ding lässt sich gar nicht kontrollieren. Wo muss ich denn überhaupt landen? Was ist denn das hier? Ah, da. Du weißt doch, da in der Wüste da. Äh, in der Wüste? Ja, diese, diese... Da weißt doch, wo der Landeplatz da ist. Ja, genau. Bei dem Irregar. Alter, ey, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Flieg da nicht rüber. Flieg da nicht rüber. Flieg da nicht rüber. Mach ich doch gar nicht, Mann. Ich bin doch nebendran. Alter. Warte, warte, warte. Äh, hoch, hoch, hoch. Ey, 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 ey. Alter, ey. Ich schwör's, mit dem Ding stimmt das nicht. Okay. Oh, Ausrüstungsmission fehlgeschlagen. Ja. Yeah. Ja, ja, ja. Ey, das ist ja nicht zu fassen, ey. Ähm. Das, ja. War wieder, ähm, sag ich mal, ein toller Flug. Ja, warte, hier. Das ist wirklich nicht, ähm. Egal. Das ist wirklich nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach, weil, ähm. Ja, kann passieren. Da passiert es halt mal. Dann machen wir es halt das nächste Mal. Wird schon klappen. Ähm. Ja, also. Hast du auf jeden Fall gut geparkt. Ja, ja. Ja, ja. Ne, das Problem ist wirklich. Also, was ich dir sagen kann, ist, dieses Flugzeug lässt sich ganz anders da steuern, wie andere Flieger. Und das lässt sich eigentlich so gut wie gar nicht steuern. Weil wir könnten jetzt nochmal zurück zum U-Boot und nochmal starten. Aber, ähm, wird halt ein bisschen dauern. Ja. Ja. Warte. Hm. Äh. Äh. Das ist ja ärgerlich, ey. Wir haben es. Normalerweise ist es ja gar kein Problem. Wenn man den Flieger hat, dann landet man den und fertig. Ja. Aber das geht hier nicht. Hm. Ja, dann war ja wahrscheinlich schon von vorne rein, wo wir halt das ein oder andere Mal mit dem Flugzeug gegen etwas gefahren sind. Ja. Ja. Das ging es halt wahrscheinlich nicht mehr irgendwie. Da war was kaputt dann. Irgendwie ist da was mit Leidenschaft gezogen worden. Bist du auch hier im U-Boot oder nicht? Ich habe dir eine Einladung geschickt. Ach. Ne. Ich stehe nur unter Schock. Aber jetzt. So. Jetzt komme ich. Bin unterwegs. Hm. Ja gut Leute. Also ich würde sagen, an der Stelle verabschieden wir uns für heute. Und beim nächsten Mal könnt ihr dann schauen, ob das dann bei uns geklappt hat. Und dann denke ich verabschieden wir uns an der Stelle. Und ja. Gleich hat es ja trotzdem Spaß gemacht beim Zusehen. Könnt ihr was dazu schreiben oder halt Daumen hoch hinterlassen oder wie auch immer. Und dann sieht man sich. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.